Vielen Dank für die Einladung zu dieser Vortragsreihe. Ich freue mich sehr, heute über Personal Information Management Systems mit Ihnen sprechen zu dürfen und inwieweit diese die digitale Selbstbestimmung fördern, was ist das überhaupt und was sind Chancen und Hemmnisse vielleicht für die Entwicklung von solchen Personal Information Management Systemen und welche politischen Handlungsempfehlungen können wir daraus ableiten. Das soll im Grunde genommen auch die Agenda sein für den Vortrag heute, zum einen diesen Begriff der PIMS einmal etwas genauer zu beleuchten, denn es werden ja doch in aller Munde dieser Tage als mögliche Lösung für alle Probleme im Internet gepriesen und wir wollen genauer verstehen, um was es dabei genau geht und vor allem, welche Herausforderungen sich dann bei der Etablierung von PIMS auch stellen und letztlich natürlich, wie man diese Etablierung dann auch fördern könnte. Ich muss vielleicht dabei sagen, dass das Thema Daten und auch Datentreuhänderschaft und auch schon in dieser Vortragsreihe natürlich ganz unterschiedliche Märkte und ganz unterschiedliche Arten von Daten betrifft. Das können Gesundheitsdaten sein, das können Daten sein aus dem Verkehrswesen, öffentliche Daten. Ich möchte nämlich in meinem Vortrag, weil das natürlich auch das ist, wo das die meisten Leute sozusagen unmittelbar betrifft und was auch in der politischen Diskussion eigentlich besonders stark ist. Ich möchte mich auf die Online-Märkte beschränken, also auch die großen Big-Tech-Unternehmen, die unsere Daten sammeln, personenbezogene Daten sammeln und meinen Vortrag sozusagen in diesem Kontext einbitten, inwieweit die Nutzung von PIMS für personenbezogene Daten in Online-Märkten nützlich sein kann. Wenn wir anfangen einmal von der Idee, wie Selbstbestimmung im Online-Märkten stattfinden könnte, dann gibt es schon eine ganze Zeit lang auch in der Wissenschaft Diskussionen darüber, dass da Dinge optimiert werden könnten. Und dieser Begriff der Personal Information Management Systeme, so oder so ähnlich, den gibt es sogar schon eine ganze Weile. Also einer der ersten Artikel dazu, wissenschaftlichen Artikel, ist von Lauda 1996, der auch schon geschrieben hat, dass es doch so etwas geben könnte, wie eine Art Treuhänder, der die Daten für einen dann auch vermarktet und einen daran partizipieren lässt, an dem Wert der Daten. Und auch in der letzten Dekade ungefähr ist das nochmal sehr stark aufgekommen, wie man also sein digitales Leben managen könnte mit Personal Information Management System und dabei sind verschiedene Aspekte immer wieder genannt, dass der Aspekt der Vernetzung, dass man also Zugriff hat auf ganz verschiedene Online-Dienste, die man so benutzt, dass man dort auch dann die Daten sehen kann, an einem aggregiert zusammen sehen kann und dass man auch womöglich diese Daten dann selber monetarisieren kann oder auch zur Nutzung, weitere Nutzung freigeben kann. Was sind aber neben diesen oder mit diesen Einführungen jetzt in ganz allgemeine Begriffsbestimmungen und ganz allgemeine Möglichkeiten, was sind dann so Minimalanforderungen, die man vielleicht an den PIMS stellen könnte? Denn es geht ja bei digitaler Selbstbestimmung, ich werde der Herr noch ein bisschen genauer darauf eingehen, aber geht es jetzt im kleinsten Detail vielleicht erstmal darum, überhaupt die Rechte, die Datenschutzrechte, die ich schon habe, überhaupt effektiv auch einsetzen zu können. Und selbst da gibt es ja schon große Diskussionen, ob das so ist und Personal Information Management Systeme könnten womöglich hier helfen. Also fangen wir an mit der Einwilligung zur Datennutzung. Da wissen wir selber, dass oft blinde Zustimmung gegeben wird, dass es Klickmüdigkeiten gibt bei Cookies zum Beispiel oder bei den Cookie-Konsents. Oft ist man auch alternativlos, also wenn ich Facebook benutzen möchte, weil alle meine Freunde da sind, dann bleibt mir nichts anderes übrig sozusagen, als diese Datenschutzbestimmungen anzunehmen. Es gibt auch einen sozialen Druck womöglich und es gibt auch sowas wie Biases, also Verzerrungen und Trägheit von Konsumentinnen und Konsumenten, dass wenn man zum Beispiel einmal Privacy-Einstellungen gesetzt hat, dass man die dann nicht so schnell und täglich wieder ändert und vielleicht auch gar nicht mehr weiß, wo man überall Konsent gegeben hat. Das ist eins. Das andere ist, wenn man zum Beispiel ganz konkret mal auch so ein Recht wie Datenportabilität, was ja auch eine neue Errungenschaft in der Datenschutz-Grundverordnung war, eingeht, dann zeichnen sich da in der Praxis auch einige Probleme ab. Es sind ganz unterschiedliche Datenformate, keine Einheitlichkeit, mit der ich diese Daten dann bekommen könnte. Man hat nicht auch in Online-Märkten, wo diese Daten natürlich maschinenlesbar vorliegen und auch unmittelbar vorliegen könnten, kann es bis zu 30 Tage dauern, dass man diese an dieser Daten dann bekommt. Man kommt also immer nur so ein Snapshot der Daten. Das ist nicht kontinuierlich aktualisiert. Das hilft mir also dann wenig, wenn ich sozusagen immer eine Kopie, eine aktuelle Kopie meiner Daten haben möchte. Und ganz oft kann ich auch mit den Daten, selbst wenn ich sie runtergeladen habe, dann nicht wirklich was anfangen, weil ich sie nirgendwo wieder einfügen kann. Personal Information Management Systeme könnten jetzt zumindest diese beiden Aspekte und das wäre sozusagen auch für mich eine Art von Minimal-Definition abbilden oder ein bisschen versuchen zu automatisieren. Ob das mit dem aktuellen Recht möglich ist, sage ich gleich auch noch mehr dazu. Aber die Ausübung von Datenschutzrechten, das könnte sozusagen eine Aufgabe sein, die halb automatisiert über Personal Information Management Systeme passiert, Zustimmung zur Datenerhebung bei unterschiedlichen Daten verarbeitenden Instanzen zu erteilen und auch zu widerrufen in einem zentralen Dashboard oder auch eine Kopie der personenbezogenen Daten zu beziehen und die dann an einer gegebenen Stelle zu speichern. Das bringt uns auch zum zweiten großen Funktionsblock, den ein Personal Information Management System erfüllen könnte. Das ist Datenmanagement, also einen persönlichen Datenspeicher. Das wird auch manchmal als POT bezeichnet. Der kann sowohl lokal sein, also auf dem eigenen Rechner oder auch in der Cloud liegen oder auf einem Server, den man betreibt. Und er könnte auch natürlich, das Datenmanagement könnte auch darin bestehen, dass man eben nicht nur eine Kopie der Daten von den verschiedenen Diensten, die man nutzt, bei sich speichert, sondern dass man diese Datenquellen auch in bestimmten Artenweise verknüpft oder diese heterogenen Datenformate, aus denen die Daten dann kommen, so konvertiert, dass es eine gemeinsame Datenquelle gibt. Und man könnte dort natürlich auch Transfer- und Zugriffsmanagement machen mit sogenannten APIs, also das haben Sie bestimmt schon gehört, Application Programming Interface, das sind im Prinzip technische Schnittstellen, wo man dann die Daten auch wieder weiterleiten könnte. Also da in diesem Sinne wirklich als Datentreuhänder zu agieren. Und ein nächster Punkt, der mit PIMS gelöst oder mit PIMS angegangen werden könnte oder in PIMS integriert werden könnte, weil er natürlich eigentlich unverzichtbarer Bestandteil auch schon der Dinge ist, die ich zuvor genannt habe, ist Identitätsmanagement. Also Authentifizierung bei Online-Deatsen, eine zentrale Instanz, dass ich mich nicht überall erst ein Konto anlegen muss, sondern ich kann mich sozusagen mit dem PIMS identifizieren und kann damit auch die, vielleicht nur Teile meiner personenbezogenen Daten übermitteln. Also eine Altersprüfung zum Beispiel kann ja stattfinden, ohne mein konkretes Alter mitzuteilen. Und das könnte eine andere Lösung sein. Da steckt ganz viel hinter jedem einzelnen Punkt dahinter. Das können wir nachher noch ein bisschen versuchen, genauer zu beleuchten. Ich sage auch zu einigen Dingen mehr, aber ich möchte jetzt erstmal sozusagen die Funktionalitäten hier in der Gänze vorstellen. Und der nächste Punkt wäre, dass ein PIMS eingesetzt wird, einfach nur um die Erhöhung und Verwaltung von Daten und auch Compliance vielleicht für Anbieter und Anbieterinnen herzustellen. Also man könnte Transparenz schaffen, zum Beispiel über Aktivitäten-Logs. Wo habe ich mich wann angemeldet? Mit wem habe ich welchen Zugriff gewährt auf Daten? Aber es kann auch sein, dass PIMS sozusagen andersrum gedacht werden, gar nicht nur aus Verbraucher- und Verbraucherinnen-Perspektive, sondern auch aus der Perspektive der Unternehmen, insbesondere kleinere Unternehmen, die sagen, ich setze so ein PIMS ein oder biete das meinen Verbraucherinnen an, um sozusagen compliant zu sein mit Datenschutzregeln. Und der PIMS kümmert sich sozusagen um diese Compliance, weil er entsprechende Schnittstellen bereithält und nimmt dann die Last ein bisschen von den Unternehmen. Der letzte Punkt, und das ist auch ein ganz interessanter Punkt, auf den ich nachher noch ein bisschen mehr ins Detail eingehen kann und der auch schon in der Einleitung angeklungen ist, ist die Auswertung und Monetarisierung von solchen Daten. Also wir stellen uns ja alle vor und wir hören auch täglich, dass unsere Daten wertvoll sind. Unsere Daten sind das neue Gold oder das neue Öl. Und die werden vermarktet. Und können wir denn an diesen Daten partizipieren und kann ein PIMS sozusagen für uns diese Daten vermarkten und uns einen Teil dieser Erlöse wieder zurückspielen? Das wäre dann in meiner Definition ein sogenannter Personal Data Broker, also eine spezielle Art Funktionalität von PIMS. Und da ist die Frage, ist das realistisch oder nicht? Und die Vermarktung, und man könnte natürlich als letzten Punkt auch sagen, vielleicht geht es gar nicht nur um die Vermarktung, sondern nur um die Data Analytics oder Visualisierung, dass man zum Beispiel dann Gesundheitsprofile erstellt oder Risikoprofile erstellt oder eine andere Aufbereitung hat der Daten. Das könnte natürlich auch noch eine Funktionalität von PIMS sein. Okay, vor diesem Hintergrund ist jetzt die Frage, wie helfen denn PIMS bei der sogenannten digitalen Selbstbestimmung? Das war ja das Thema. Dazu muss man erst mal klären, was überhaupt digitale Selbstbestimmung ist. Da gibt es viele vortreffliche Diskussionen dazu. Ich habe jetzt mal hier einen Report des Cologne Center for Ethics Rights, Ethics Rights, Economics and Social Sciences of Health hier rausgesucht. Und da werden verschiedene Kompetenzfelder oder verschiedene Aspekte sozusagen der digitalen Selbstbestimmung aufgelistet. Und ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf alle eingehen, aber es gibt sozusagen Unterschiede im Grundsätzlichen zwischen den Wissen und Fähigkeiten, überhaupt Informationen über sich zu finden und zu bewerten, auch der Möglichkeit, das irgendwie zu tun und letztlich auch den Handlungsfreiheiten und Handlungsoptionen, die wir bekommen. Also habe ich wirklich Wahlmöglichkeiten? Wie freiwillig ist meine Einwilligung da? Bin ich überhaupt in der Lage, mir einen freien Willen darüber zu bilden, was ich überhaupt möchte? Was sind meine Werte, Ideale und Vorstellungen? Kann ich diese verfolgen? Dabei können PIMS natürlich nicht helfen. Also sie schaffen grundsätzlich nicht mehr Handlungsalternativen. Ich kann zum Beispiel bei Facebook, wenn ich, das war das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, wenn ich da die Möglichkeit habe, den zuzustimmen und den zu nutzen oder den Datenschutzbestimmungen nicht zustimmen, nicht zu nutzen, dann kann mich ein PIMS unterstützen, sozusagen diese Handlung durchzuführen, kann vielleicht mir auch bei dem Feld Kompetenz helfen, dass ich Wissen und Fähigkeiten habe, dann sozusagen diese Zustimmung zu erteilen und dass ich eine Zustimmung erteilen muss und das vielleicht auch aufbereiten und mich auch dementsprechend überrisiken und folgen. Aber es wird keine neue Möglichkeit schaffen, jenseits dessen, dass ich dem zustimmen oder nicht zustimmen kann. Das müsste man auf andere Weise angehen. Daher ist es so, dass PIMS aus meiner Sicht eben sozusagen diese oberen Handlungsfelder, also Handlung, Kompetenz, Informiertheit abbilden kann und die anderen, unteren hier eher nicht, weil sie sozusagen andere Dinge, weil sie zum Beispiel Digital Literacy bedingen, die jetzt nicht direkt unmittelbar durch PIMS erzielt werden. Was ist also dann vielleicht eine schöne Vision, wie PIMS das Internet revolutionieren könnten, das Web revolutionieren könnten? Und dann wird oft so eine Vision wie diese hier auf der Folie angebracht, die im Grunde genommen auch die Vision ist des Projekts SOLID, das von Tim Berners-Lee, der ja auch das World Wide Web schon erfunden hat, propagiert wird, also SOLID steht für Social Link Data und die Vision ist die, dass wir verschiedene POTs haben, also POTs steht hier für Personal Online Data, also man könnte auch PIMS sagen, in denen unsere Daten gespeichert sind und über die Verbraucher und Verbraucherinnen dann volle Kontrolle haben und von da aus verbunden sind mit den verschiedenen Diensten im Web und dort dann ganz gezielt Daten freigeben können für diese Dienste oder auch nicht, beziehungsweise auch Dienste, Daten sozusagen wieder von diesen Diensten dort einlagern können. Das ist also die Vision, dass wir sozusagen nur von unserem eigenen Datenschatz immer das freigeben für die Dienste, wie wir gerade wollen und auch wieder wegnehmen können. Die Frage ist, wie realistisch ist diese Vision? Und aus meiner Sicht, und ich spreche sozusagen als Wirtschaftsinformatiker jetzt hier, also als halber Informatiker und auf der anderen Seite eben als Ökonom, dass es eine keine realistische Vision ist. Um diese Vision umzusetzen, müssten wir eigentlich ein komplett neues Web entwickeln. Wir müssten universelle Adoption neuer Standards haben, so dass alle Dienste dann wirklich darauf aufbauen, so wie das Web im Moment auch gestaltet ist, dass alles zum Beispiel über das IP-TCP-IP-Protokoll läuft. Und es ist so, dass wir im Prinzip das Netz, wie es gerade ist, weil es so dezentral ist und so viele verschiedene Akteure sich ändern müssten, dass es eigentlich unmöglich ist, da noch großartige, so substanzielle Änderungen zu machen. Also wir versuchen zum Beispiel seit 30 Jahren fast, das IP-Protokoll von der Version 4 auf die Version 6 abzudaten, was dringend notwendig ist und das passiert nicht. Also diese Änderungen sind im Prinzip in dieser Größenordnung so gar nicht mehr realistisch. Wenn überhaupt, müsste es dazu wirklich eine verbindliche Anordnung und Regulierung geben. Es gibt auch nicht wirklich Anreize, ökonomische Art für die beteiligten Unternehmen das zu tun, denn die profitieren ja eben von diesen Daten. Ganz abgesehen von Fragen der Nutzerfreundlichkeit, wer ist in der Lage, sowas zu installieren, sowas zu betreiben? Wer will überhaupt denn jedes Mal dann diese einzelnen Datenfreigaben konkret erteilen? Wie performant wäre das Ganze dann tatsächlich? Also so Datenzugriffsmanagement, auch wenn das von so vielen verteilten Ressourcen kommt, die von verschiedenen Personen gehostet werden, ist alles andere als trivial und höchstwahrscheinlich auch in Zukunft nicht performant. Wer haftet dann für Datensicherheit und wie wird die überhaupt gewährleistet, wenn diese verschiedenen Pots so existieren? Das sind vielleicht Dinge, die man alle auch noch in Angriff nehmen könnte, aber ich habe vor allen Dingen eben Sorge bei der flächendeckenden Anwendung davon und bei den ökonomischen Anreizen zur Implementierung und zur Nutzung. Was ich für ein realistischeres Szenario halte, ist das Folgende, weil dieses basiert im Grunde genommen auf technischen Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, impliziert nicht, dass alle Welt sich anpassen muss und impliziert vielleicht nur, dass wir hier und da sozusagen ein paar Rechte schärfen und Standards entwickeln. Und das wäre Folgendes, dass wir die bestehende Rechte der Datenportabilität ein wenig ausdehnen oder auch unter dem bestehenden Recht womöglich schon das machen, dass Inhalte und Diensteanbieter, bei denen meine Daten ja gelagert sind, weil ich dort die Daten generiere. Dort sind die Dienste, die ich nutze und dabei fallen dann eben Daten an. Es geht insgesamt ja in dieser ganzen Datenökonomie weniger um so Datenpunkte wie mein Alter und mein Geschlecht und meinen Namen vielleicht sogar, den ich an ganz vielen verschiedenen Diensten angegeben habe, sondern es geht mehr um diese Behavior, diese Nutzungsdaten, die anfallen und die sehr viele meiner Präferenzen offenbaren, die ich vielleicht gar nicht in der Lage wäre, so zu artikulieren, wie ich in der Lage bin, die sozusagen aus einem Feed und aus den Likes sozusagen abzuleiten, die ich so hinterlasse, während ich mich auf verschiedenen Diensten tummle oder während ich mir Videos anschaue. Und diese Daten könnte man auch mit einer Einwilligung, die ich sozusagen diesen PIMS erteile, der dann für mich die Daten portiert zu den PIMS, lokal oder in der Cloud und da stellen sich natürlich schon viele Fragen nach, welchen Umfang haben die Daten, welche Aktualität haben die Daten, wie ist das Datenformat, komme ich gleich ein bisschen näher drauf und dieser PIMS könnte dann auch die Daten wieder freigeben für andere Content-and-Service-Provider, zu denen ich zum Beispiel wechseln möchte und da generiere ich dann, die wandern sozusagen dann hier von der rechten auf die linke Seite der Folie, wo ich dann natürlich wieder neue Daten generiere, die ich dann vielleicht auch wieder abziehen kann. Und der PIMS könnte dann auch in dieser Welt also nicht nur so eine Datenfreigabe und sozusagen Einwilligungsmanagement machen, was ich ja schon als Minimalanforderung definiert hatte, sondern er könnte auch womöglich die Daten dann konkurrierend zu den Inhalte- und Dienstanbietern im Datenmarkt für mich monetarisieren. Und Datenmarkt ist jetzt mein Überbegriff für all das, wie man aus Daten in irgendeiner Art und Weise Geld machen kann, zum Beispiel über zielgerichtete Werbung oder auch Analytics-Angebote. Im Folgenden möchte ich jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen, wenn wir dieses Szenario, was ich jetzt mal als Referenz-Szenario hier hinstellen möchte, wenn ich das Szenario annehme, welche Herausforderungen stellen sich dann für die Etablierung von PIMS? Und es gibt im Wesentlichen sechs Punkte, die ich da anführen möchte. Ich will nicht sagen, dass das eine abschließende Liste notwendigerweise ist, aber es ist sicher halt eine Liste der Dinge, die besonders wichtig sind. Das Erste sind rechtliche Limitationen zur Nutzung der Datenportabilität, die ja ganz zentral wäre für diese Art und Weise, PIMS einzusetzen. Das Zweite sind Herausforderungen bei der parallelen Vermarktung von Daten. Ist das überhaupt möglich? Vor allen Dingen, wenn ich nicht wirklich einen eigenen Dienst und Inhalt selber habe, sondern nur als reiner Datenarbitrageur sozusagen agiere. Was sind denn überhaupt dann die Anreize zur Nutzung von PIMS? Gibt es nachhaltige Geschäftsmodelle für PIMS in diesem Szenario? Und das werde ich nicht explizit, sondern im Prinzip implizit und nur am Rande heute besprechen. Was sind denn technische Herausforderungen für den Betrieb von PIMS in dieser Art? Und wie können wir die Sicherheit der Daten und die Vertrauenswürdigkeit des PIMS gewährleisten? Denn der hat ja dann Zugriff zu sehr sensiblen Daten und das auch noch von verschiedenen Quellen möglicherweise. Lassen Sie mich mit dem ersten Teil also anfangen, die rechtlichen Limitationen. Und da lohnt es sich nochmal ein bisschen genauer zu verinnerlichen, wo denn dieses Recht auf Datenportabilität herkommt und was es denn bedingt und was es nicht bedingt. Und da steht im Artikel 20 der Datenschutzgrundverordnung und die erste Diskussion, die sich da auftut, da steht sozusagen Daten, also im Gesetz steht Provided Data oder Daten, die sozusagen bereitgestellt wurden durch Verbraucher und Verbraucherinnen. Und die Frage ist, was heißt denn bereitgestellt? Das ist schon nicht so ganz eindeutig und ist es auch nicht bisher juristisch sozusagen sehr eng bestimmt, was dann genau die Daten sind und wo die Grenzen aufhören. Was relativ klar ist, dass Daten, die ich direkt zur Verfügung gestellt habe, also Daten, die ich zum Beispiel bei der Anmeldung angegeben habe, die ich aktiv dort eingetragen habe, mein Name, mein Alter, meine E-Mail-Adresse oder sowas, das sind auf jeden Fall vom Recht auf Datenportabilität betroffen. Und dann ist es aber schon weniger klar, wo jetzt genau die indirekt zur Verfügung gestellten Daten aufhören. Also Daten, die ich aufgrund der Nutzung des Dienstes oder des Geräts zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel der Suchverlauf, die Verkehrs- und Lokalisierungsdaten, die vielleicht entstehen werden. Ich meine, mein Mobiltelefon benutze oder Fitnessdaten, die erhoben werden oder Klicks, die ich irgendwo gemacht habe auf Werbeeinblendungen oder auf Sucheinträge und so weiter. Und da ist es nicht ganz so klar, wo genau da die Abgrenzung ist, aber das sind natürlich womöglich alles Daten, die auch sehr viel über mich offenbaren. Und dann ist es auch eigentlich wieder Konsens, dass abgeleitete Daten daraus, also dass ich nur Zugriff auf diese Rohdaten haben kann, aber nicht aus abgeleiteten Daten, das heißt schon irgendwelchen Analytics-Auswertungen, also zum Beispiel, ob die Daten jetzt verraten, ob ich zum Beispiel womöglich ein Raucher bin oder nicht, oder ob ich eine bestimmte Krankheit haben könnte. Die sind betreffend wiederum nicht das Recht auf Datenportabilität. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiter von Limitationen, wie zum Beispiel, dass man nicht unbedingt das Recht hat, die Daten sofort zu bekommen. Also eine kontinuierliche Datenportabilität gibt es nicht. Es gibt auch einige Rechtsunsicherheiten, wenn Daten betroffen sind, und das betrifft sehr viele Daten, die nicht nur durch mich bereitgestellt wurden, sondern die in einem bestimmten Kontext entstanden ist, den auch andere Personen betreffen, wie zum Beispiel Chatverläufe oder Fotos, die markiert worden sind auf dem Foto. Das habe ich zwar hochgeladen, aber da ist eine Freundin, ein Freund abgebildet, den habe ich markiert. Darf ich das dann trotzdem portieren, weil es betrifft ja auch die Person und so weiter und so fort. Und letztlich ergeben sich auch rein datenschutzrechtlich auch Konflikte aus, die sozusagen inhärent sind in der aktuellen Regelung zwischen einerseits der Datensparsamkeit und der anderenseits der Datenübertragbarkeit, Daten, die erst gar nicht gespeichert wurden über mich, die vielleicht direkt in dem Dienst, den ich benutzt habe, sozusagen unmittelbar in Analytics, in der Auswertung eingeflossen sind, aber wo die Rohdaten gar nicht gespeichert sind mehr, die kann ich auch nicht portieren, weil abgeleitete Daten, aber trotzdem haben sie natürlich dem Erkenntniszuwachs des Unternehmens, wo ich die Daten sozusagen generiert habe, beigetragen. Also da gibt es einige Limitationen, die man anpacken müsste. Aus meiner Sicht eine kurze Liste der Dinge, die sozusagen notwendig wären aus rechtlicher Sicht, um überhaupt die Verbreitung von PIMs in der Art und Weise, wie ich es jetzt hier propagiert habe, zu fördern wäre sozusagen Standards und Schnittstellen zu definieren für das Setzen und Widerrufen von Einwilligungen, sodass ich wirklich mit den PIMs auf verschiedensten Webseiten zentral meine Einwilligung erteilen kann. Das ist daher nicht standardisiert und wäre sehr sozusagen aufwendig, das händisch für alles Mögliche zu implementieren. Und PIMs werden natürlich nur genutzt, wenn ich dann wirklich auch damit möglichst vielen Webseiten meine Einwilligung erteilen kann. Das Zweite ist sozusagen dieses Recht auf Datenportabilität ein bisschen auszuweiten, Bereitstellung von Daten über standardisierte Schnittstellen und nicht irgendwie und der eine macht als E-Mail da und schickt mir als E-Mail, der nächste schickt mir, kann ich mir ein SIP-File runterladen und so weiter. Das müsste auch kontinuierlich passieren in Echtzeit, damit die Daten dann auch wirklich nutzbar sind und auch wertvoll bleiben zur möglichen Vermarktung. Vielleicht muss es auch Performance-Garantien geben für den Abruf der Daten. Daher verpflichtende Datenstandards. In welchem Format bekomme ich die Daten? Theoretisch kann ein Unternehmen zu jeder Zeit sozusagen das Datenformat ändern, mit dem es die Raten bereitstellt und damit auch jegliche Bemühungen der Aggregation über PIMs unterbinden. Und man hört das ja auch hier und da wieder, wenn versucht wird zum Beispiel auf Daten zuzugreifen. über, also Facebook zum Beispiel hat das auch unterbunden, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Nutzerinnen gefragt haben, ob sie ihre Zugangsdaten haben können, um sozusagen auszuwerten, was so auf der Timeline angezeigt wird und ob es da Bias es gibt. Und dann hat man sich sozusagen mit den Nutzerdaten eingeloggt und dann sozusagen so ein Screenscraping gemacht. Und das ist ganz schnell auch wieder unterbunden worden oder versucht, T-Shirt-Worten zu unterbinden von, in diesem Fall jetzt Facebook, Facebook, das heißt, es muss dann schon ein Recht geben, dass es auch eine gewisse Stabilität gibt und dass, wenn es Änderungen in diesem Knissstellen gibt, dass man auch rechtzeitig darüber informiert wird. Und man bräuchte wahrscheinlich auch eine feingranulare Einwilligung zur Übertragbarkeit von solchen verknüpften Daten, weil sie ja Rechte Dritter betreffen könnten. Ich könnte ja sagen, ich habe gar kein Problem damit, wenn jemand anderes ein Foto runterlädt, auf dem ich drauf bin, aber diese Art von Konsent erteile ich ja im Moment der Plattform gar nicht, die dann das als Grund nimmt, zu sagen, sorry, die Daten darf ich leider nicht rausgeben. Und ein Identitätsmanagement ist auch eine Geschichte, die auch im Übrigen ein zukünftiges Battlefield sein wird, wer die Hoheit über Identitäten im Netz hat. Sie sehen ja immer mehr diese Logins aufpoppen, dass man sich jetzt mit verschiedenen Plattformanbietern überall einloggen kann. Da ist auch die Frage, ob man das nicht zusammendenkt schon mit solchen PIMs und da eine Lösung, eine einheitlichere Lösung schafft, die dann vielleicht nicht an dem Big-Tech-Unternehmen hängt. Und lassen Sie mich mal ein Beispiel nochmal bringen zu, ich habe jetzt öfter über Standards gesprochen und dass das ja ganz vortrefflich wäre, der Standard zu definieren für Daten. Das ist natürlich im technischen Detail ein bisschen komplizierter und nicht ganz so trivial. Ich möchte jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber wo liegt unter anderem die Problematik? Und die Problematik liegt daran, dass wenn es kein einheitliches Datenformat in irgendeiner Art und Weise gibt und man versucht, jetzt Daten von A nach B zu importieren und exportieren, dann muss man sozusagen ja für alle möglichen Dienste und alle möglichen Kombinationen an Diensten muss man dann sozusagen so einen Import- und Export-Adapter irgendwie schreiben und versuchen, das skaliert halt nicht besonders gut. Das wächst quadratisch in dem Fall die Anzahl der Verbindungen. Und eine Alternative wäre sozusagen dieses, dass man ein gemeinsames Datenmodell hat und dann Daten von seinem Datenformat in das zentralisierte Datenformat überträgt und von dort dann wieder sozusagen zurück. Dann braucht man nur jeweils einen Import- oder einen Export-Adapter zu schreiben. Und das ist genau das Ziel, was das sogenannte Data Transfer Project verfolgt. Das Data Transfer Project von großen Tech-Unternehmen getrieben wird, wie Google, Facebook, Apple und so weiter. Und da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Deswegen steckt das auch noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Es ging mir jetzt hier erstmal nur darum, darzustellen, dass diese Problematik schon grundsätzlich verstanden ist und dass es auch nicht so ganz trivial ist, sozusagen so ein gemeinsames Datenmodell hier zu finden. Das zweite Aspekt ist dann die Herausforderung bei der parallelen Vermarktung von PIMS. Und hier ist es so, wenn ich eben keine eigenen Dienste und Inhalte habe, dann hält mich ja notwendigerweise nichts auf der Seite. Und ich habe nur eine teilweise, also mich hält nichts an dem PIMS selber fest, sondern das PIMS kann eigentlich nur so als Datenarbitrageur fungieren. Und es hat aber auf der einen Seite nur eine inferiore Kopie der Daten. Denn ich kann mit dem Recht auf Datenportabilität, das habe ich ja gerade dargelegt, kann ich nur Teile der Daten kopieren und nicht genau dieselbe Detailreichtum haben. Es wird auch nur nicht alle Teilnehmenden von so einer Plattform so ein PIMS notwendigerweise einsetzen. Ich habe also auch nicht dieselbe Repräsentativität der Daten über bestimmte Gruppen. Mir fehlt auch der Kontext, weil ich vielleicht nicht weiß, auf was da geklickt wurde, weil ich schon so Klickdaten nicht habe oder man wird mir gesagt, ich habe auf Produkt 212 geklickt, aber ich weiß nicht, was Produkt 212 war. Und auf der anderen Seite könnten PIMS natürlich schon Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Das könnte potenziell einen Mehrwert bieten. Aber ich bin hier sehr skeptisch, dass sozusagen die Daten, die dann wirklich bei den PIMS landen, wirklich konkurrenzfähig sind, um sozusagen vermarktet werden zu können, weil ihnen doch sehr viel Detailreichtum dann wiederum fehlt. Wertvoll sind auch insbesondere, das ist in der Ökonomie klar, exklusive Daten. Die Daten, die mehrfach existieren, weil Daten auch nicht rival sind und leicht geteilt werden können, sind dann nicht mehr besonders wertvoll. Und das wird natürlich sofort und unmittelbar durch PIMS, wird ein Wettbewerbsdruck auch erzeugt, der dann auch für den PIMS selber die Daten weniger wertvoll machen, als wenn die in der Hand eines Monopolisten liegen. Und der letzte Punkt ist eben nochmal der, dass durch der Wert der Analyse der Daten, es steht durch die Analyse der Daten und zielgerichtete Werbung. Wenn ich aber keinen eigenen Dienst betreibe und nicht Nutzerinnen und Nutzer wirklich ständig jetzt in PIMS habe, die wie in Facebook das nutzen, dann kann ich da auch keine Werbung einspielen. Und für diese Analytics-Dienste müsste ich auch in der Lage sein, dann wirklich die Daten nicht als Rohdaten zu verkaufen, weil das so funktioniert das sozusagen nicht, sondern das funktioniert so, dass man dann Analytics-Auswertung fährt. Und dazu braucht man wiederum Rechenressourcen, man braucht vor allen Dingen auch Humanressourcen von Personen, die in der Lage sind, da solche Analytics-Anwendungen zu schreiben. Und das ist auch eine Herausforderung, da dann wirklich konkurrenzfähig zu sein zu anderen Anbietern und Anbietern, die unmittelbar auch dann da schon unterwegs sind, wie in Google und in Facebook beispielsweise. Der nächste Punkt sind die Anreize zur Nutzung von eines PIMS. Also nach den Vorausforderungen der Vermarktung und den rechtlichen Limitationen, warum sollte ich mir als Nutzer so ein PIMS überhaupt installieren? Und das ist so eine Art Henne-Ei-Problem. Man spricht auch von einem zweiseitigen Markt oder mehrseitigen Markt. Also je mehr Akzeptanzstellen es sozusagen von PIMS geben würde, je mehr Webseiten mit PIMS interagieren würden, desto einen größeren Anreiz hätte ich als Nutzer, den auch anzuhören, so ein PIMS zu installieren. Und umgekehrt, je mehr Nutzer ein PIMS hätten, desto mehr Akzeptanzstellen würde es davon vielleicht auch geben. Die Frage ist, wo fängt man hier an? Wir werden deswegen beides beleuchten, sowohl die Geschäftsmodelle, also macht es Sinn, überhaupt so ein PIMS-Modell aufzubauen, als auch sollte ich mir das installieren oder was sind vielleicht Gründe für mich als Verbraucher, solche PIMS zu installieren? Und da, das ist vielleicht wieder nicht keine abschließende Liste, aber da könnte man jetzt fünf Punkte anführen, warum man motiviert sein könnte, Daten auf ein PIMS zu übertragen und ein solches PIMS zu nutzen. Das Erste ist, dass ich sage, Mensch, ich möchte denen Big Tech ein bisschen was entgegenhalten. Ich möchte eine Schaffung eines alternativen Anbieters auf dem Datenmarkt machen und möchte sozusagen nicht, dass nur Facebook alleine die ganzen Daten vermarktet für mich. Ich sage jetzt immer, Facebook ist natürlich stellvertretend für viele andere Unternehmen. Und Facebook heißt ja auch Meta inzwischen. Und da habe ich aber schon angeführt, dass die Herausforderungen bei der Vermarktung enorm sind. Also, ob das wirklich sozusagen Wettbewerbsdruck im engeren Sinne ausübt, ist fraglich. Das Zweite wäre die Erlangung von mehr Kontrolle über die Vermarktung personenbezogener Daten. Sage ich gleich auf der nächsten Folie was dazu. Das Dritte wäre die Beteiligung am Wert der eigenen Daten. Das ist eben diese Idee des Personal Data Brokers. Da sage ich dann in zwei Folien mehr dazu. Und die letzten beiden Punkte sind Datenaltruismus. Also, dass ich sage, ich möchte einfach die Daten dort rausnehmen und auch anderen zur Verfügung stellen, damit andere damit was machen können. So eine Art Datenspende. Ja, damit sie vielleicht ein Risikoprofil entwickeln können, wie Menschen in Deutschland, was die gerade so zum Beispiel so essen, auf dem, was ich so geliked habe. Und dann ein Risikoprofil zu entwickeln beispielsweise. Da ist es so, dass diese, das ist womöglich ein Ziel, ob das sozusagen so ein dominanter Grund sein kann, PIMs zu installieren und wie viele Leute das machen. Also, viele dieser Datenspendeninitiativen, die gehen ja auch wieder. Also, gerade neulich habe ich gesehen, dass diese Initiative Our Data jetzt zum Beispiel auch, die genau diesen Zweck auch verfolgt hat, zum Beispiel auch nicht mehr existiert. Also, das ist, scheint nicht sozusagen ein Game Changer zu sein. Und der letzte Punkt ist mehr Transparenz, dass ich also einfach vielleicht den PIMs installiere, um überhaupt zu wissen, wo ich überhaupt überhaupt meine Daten hinterlassen habe. Das könnte womöglich auch ein Ziel sein, wird aber wahrscheinlich auch kein großer Game Changer sein. So, jetzt will ich nochmal mehr zu diesem Punkt Erlangen von mehr Kontrolle über die Vermarktung personenbezogenen Daten. Also, wie realistisch ist das, dass wir da mehr Kontrolle wirklich drüber erlangen, wo unsere Daten letztlich verkauft werden. Das Erste, was man festhalten muss, es sind ja nur Daten, die von einem PIMs verkauft werden, aber nicht von der Plattform, aber nicht von der Plattform, wo die Daten stammen, weil die verkauft die ja trotzdem noch. Ich habe ja nur ein Recht auf Datenportabilität. Das heißt, ich kann dann den PIMs womöglich sagen, die Daten, die du portiert hast, verkaufe die bitte hier und da und nirgendwo anders. Aber die Plattform selber würde die Daten nach wie vor ja vermarkten. Das heißt, da gewinne ich in engeren Sinne gar keine Kontrolle zurück. In Kalifornien gibt es zum Beispiel diesen neuen Consumer Privacy Act. Der sieht das Recht vor eines sogenannten Do-Not-Sell-Buttons, also dass ich auch einem Unternehmen dann untersagen kann, die Daten für mich zu verkaufen. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, dass das natürlich Geschäftsmodelle ändert und ob man dann, wenn man die Wahl hat zwischen Do-Not-Sell und gleichzeitig gleich einer monatlichen Gebühr von 10 Euro, was dann passiert. Aber selbst wenn wir das jetzt implementieren würden, also so ein Do-Not-Sell-Button, was würde dann passieren? Ja, das würde und es keine Änderung geben würde. Dann würde das dazu führen, dass natürlich die Plattform selber, weil sie wüsste, naja, meine Daten wandern dann an den PIMs ab und der verkauft die und ich darf die nicht mehr verkaufen, dann würde man sehr schnell tatsächlich den Nutzern auch mehr Kontrollrechte gewähren, zu sagen, darüber mitzubestimmen, wo die Daten verkauft werden könnten, damit man zumindest einen Teil der Daten noch verkaufen kann. Aber dann sinkt auch wieder der Nutzen der PIMs, also dann gibt es keinen Grund mehr, sich einen PIMs zu installieren, weil die Plattform mir das direkt dann schon etabliert und dann haben wir so eine relativ perverse Situation, wo sozusagen diese Änderung durch einen PIMs hervorgerufen wird, der PIMs selber aber dann gar keine Nutzer erfahren würde und auch ganz schnell wieder vom Markt verschwindet. Also das ist auch nicht wirklich etwas, was nachhaltig sein kann. Und dann möchte ich auf den dritten Punkt eingehen, das ist die Beteiligung am Wert der eigenen Daten. Noch mit ein bisschen Blick auf die Uhr, ist auch etwas, das ich glaube, was nicht ganz so trivial ist, umzusetzen. Also diese Personal Data Broker, die hängt eben davon ab, ob sie sozusagen, ob die Daten vermarktet werden können, das habe ich schon angesprochen, sehe ich schwierig und ob ein solches Geschäftsmodell überhaupt für PIMs denkbar ist. Und das ist genau das, was ich jetzt im nächsten Schritt beleuchten möchte. Welche Geschäftsmodelle könnten solche PIMs verfolgen? Also was meine ich mit Geschäftsmodellen? Mit Geschäftsmodellen meine ich, wie wollen die am Ende Geld verdienen? Also irgendwie müssen die ja, von irgendwas müssen die ja entstehen und gepflegt werden und existieren. Und es gibt im Grunde genommen vier Möglichkeiten. Das eine ist, die generieren Einnahmen aus den Daten und geben einen Teil der Daten an die Nutzerinnen und Nutzer weiter und den verbleibenden Teil des Wertes behält man sozusagen als Gewinn. Das zweite ist, man versucht nicht Einnahmen von Unternehmen zu erzeugen. Das dritte ist, man versucht sozusagen einfach so ein Subscription-Modell zu machen, wo Einnahmen von Nutzern erzeugt werden. Und das dritte ist, vielleicht geht es auch ganz ohne Einnahmen, durch staatliche Hilfe. Gehen wir mal eins zu eins diese Aspekte durch. Es gibt tatsächlich einige PIMs auf dem Markt oder zumindestens die kommen und gehen, das ist nämlich genau Teil der Problematik, die versprechen oder suggerieren zu versprechen, dass sie an den Nutzerinnen und Nutzer Daten verteilen, Entschuldigung, den Wert der Daten an diesen teilhaben lassen würden. Und dass man sozusagen die Daten nur transferiert und dann auf die Art und Weise, die monetarisiert und dann Kundinnen und Kunden wieder einen Teil dieser Daten, dieses Wertes zurückgibt. Also es gibt sowas, Universal Basic Data Income, DigiMe, Beta Wallet, die kommen und gehen und ich möchte das auch gar nicht jetzt hier die Einzelnen genauer beleuchten, aber alle versprechen ungefähr, you are in control, take your data with you, get paid when you share your data. Also so wie ich das eingangs auch gemacht habe. Wir haben uns das auch mal theoretisch angeschaut, in einem theoretischen Modell, wie denn diese, wie das denn funktionieren könnte und ob das ein realistisches Szenario ist. Und ich will hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber im Grunde genommen haben wir genau das Referenzszenario, was ich Ihnen dargelegt habe vorhin, uns angeschaut und einmal in der Welt mit so einem Personal Data Broker und einmal in der Welt ohne Personal Data Broker, der Daten empfängt, die eigentlich erzeugt werden bei einem solchen Content- und Service Provider, auf dem ich den letztlichen Dienst nutze. Und was haben wir gefunden oder was können wir daraus ableiten theoretisch? Und das ist jetzt die Stelle, die wahrscheinlich am theoretischsten in dem ganzen Vortrag ist und dennoch möchte ich den Punkt machen. Was Sie hier sehen, ist eine Grafik, auf der wir mögliche Ergebnisse, die sozusagen sich im Markt einstellen können, charakterisieren. Und die sind abgetragen einerseits, was wir den Effizienz des Personal Data Brokers nennen, das sagt im Grunde genommen aus, wie gut ist er darin, die Daten zu vermarkten. Ich habe ja schon gesagt, ich bin grundsätzlich sehr skeptisch, aber hier in dem Dell erlauben wir auch, dass der deutlich effizienter ist als derjenige, der die Daten oder die Plattform, die die Daten ursprünglich gehabt hat. Also, bei 1 auf dieser Skala wäre genauso effizient, genau dieselben Möglichkeiten und Fähigkeiten, Daten zu vermarkten und aus Daten Geld zu generieren, wie sozusagen diejenige, von denen die Daten ursprünglich kommen. Und dann erlauben wir aber auch sozusagen zehnfache Effizienz oder noch mehr in der Theorie. Und auf der anderen Achse haben wir sozusagen die Wettbewerbsintensität, denn ich habe Ihnen ja auch gesagt, dass wenn man Daten dupliziert, verlieren die einen Wert. Die sind natürlich weniger rar. Exklusive Daten haben mehr Wert als Daten, die nicht exklusiv sind. Und wie stark sozusagen dieser Effekt ist, das ist auf der Y-Achse hier abgetragen. So, und jetzt können wir sozusagen aus dem Modell ableiten, dass es zwei verschiedene Arten von möglichen Gleichgewichten gibt. Also Gleichgewichte nennen wir in der Ökonomie stabile Zustände. Und der eine ist, was wir ein sogenanntes Minimum-Income-Equilibrium gegeben haben, bezeichnet haben. Und das ist dadurch charakterisiert, dass der PIMS im Prinzip Nutzer nicht wirklich eine positive Entschädigung gibt. Er entschädigt vielleicht ganz gerade mal für die Transaktionskosten, dass man also ganz minimale Auszahlung oder gar keine Auszahlung macht. Und das zweite mögliche Gleichgewicht ist sozusagen dieses Positive-Income-Equilibrium. Hier ist es tatsächlich so, dass Nutzerinnen und Nutzer dann womöglich ein echtes, positives Einkommen erzielen könnten aus den Daten, die sie beim PIMS haben. Und das Erste, was man sieht, ist, dass dieses Positive-Income-Equilibrium im Grunde genommen schon mal impliziert, dass der PIMS mindestens so effizient ist in der Vermarktung der Daten wie derjenige, wo die Daten ursprünglich hinkommen. Schon mal ein großes Fragezeichen. Und selbst dann, wenn man annimmt, dass es so ein Gleichgewicht gibt, wo positive Auszahlungen stattfinden, dann heißt das auch noch nicht unbedingt, dass Konsumentinnen und Konsumenten besser gestellt sind, denn es werden zwei weitere Dinge passieren. Das eine ist, dass jetzt natürlich der Plattform an sich Geld entzogen wird. Das heißt, es kann auch Veränderungen in dem Dienst geben, den die Plattform anbietet. Zum Beispiel die Servicequalität könnte nach unten gehen. Im schlimmsten Fall könnte der Dienst bankrott gehen. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber in jedem Fall wird es eine Reaktion, eine Veränderung geben, zum Beispiel in der Art und Weise, wie der Dienst angeboten wird. Wenn das wirklich einen signifikanten Impact hätte. Das Zweite ist, dass die Plattform natürlich auch anfangen könnte, von einem Modell, das rein werbefinanziert ist, aufgrund dem Sammeln von Daten angeht, auch ein Abonnement-Modell einzuführen. Also zum Beispiel einen positiven Preis von Konsumentinnen und Konsumenten zu verlangen. Warum würde das besonders gut funktionieren? Naja, wenn ich Facebook nutze und durch meine Nutzung von Facebook jeden Monat 10 Euro oder 20 Euro oder vielleicht auch mehr, 50 Euro erwirtschafte, also von dem PIMS ausbezahlt bekomme, ja, dann könnte Facebook, und das würde Facebook dann wahrscheinlich auch tun, sagen, Moment mal, du hast 50 Euro mit den Daten gemacht, die du bei mir generiert hast. Ich führe jetzt ein Abonnement ein für 40 Euro im Monat Facebook. Sie würden das immer noch nutzen, weil die blieben immer noch 10 Euro übrig. Aber ein Großteil dieses erwirtschafteten Gewinns von PIMS, also der Effizienz des PIMS über Facebook hinaus, würde am Ende wieder sozusagen dem Unternehmen zurückfließen. Und das darf man eben nicht unterschätzen. Und erst, und das sieht man sozusagen hier auf der Grafik, erst wenn die Effizienz wirklich ganz exorbitant hoch ist im Vergleich zu dem, was sozusagen der ursprüngliche Datenerzeuger damit machen kann. Erst dann sind alle Konsumentinnen und Konsumenten wirklich besser dran damit. Das ist natürlich jetzt eine theoretische Betrachtung, aber es gibt auch ein bisschen empirische Evidenz dafür, denn wenn Sie sich mal einige dieser PIMS, die Sie als Data Broker von Gieren anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die in Wirklichkeit so gut wie gar nichts ausbezahlen oder auch schon ganz am Bankrott sind und schon gar nicht mehr weitermachen. Also DataCoup war zum Beispiel einer dieser, der 2019 bankrott gegangen ist und dann gab es eine Pressemitteilung oder eine Mitteilung an alle Nutzerinnen und Nutzer, wo dann unter anderem drin stand, dass any data you previously added to the platform was never sold. If you receive payments in the past that were coming from DataCoup Treasury Account. Also man hat nicht wirklich die vermarkten können und People.io zum Beispiel hat auch, beschweren sich Nutzerinnen und Nutzer, dass sie da gar keine wirklichen Entschädigungen bekommen. Es gibt auch CitizenMe zum Beispiel, da kann man Umfragen machen, das ist aber eigentlich eine Umfrageplattform, man muss da nur nicht seine Daten nochmal einfüllen, weil die die schon haben. Also das sind alles keine Geschäftsmodelle, die wirklich leben. Das Zweite ist Einnahmen von Unternehmen zu generieren, das möchte ich ganz kurz machen. Das bedeutet im Prinzip, dass man sich als Compliance-Tool etabliert. Data Wallet hat sozusagen umgeschwenkt von einem Data Broker auf dieses Geschäftsmodell. Das ist natürlich nichts, was Big Tech wirklich interessant findet. Die machen das natürlich selber, diese Compliance-Geschichten. Das ist eigentlich für kleinere Unternehmen gedacht und dadurch auch nicht wirklich ein Game Changer, aber durchaus etwas, was grundsätzlich denkbar ist. PIMS in dem einen, aber ist im Prinzip eine Nischenanwendung für das, was wir hier besprechen. Das nächste wäre dann, Einnahmen von Nutzerinnen zu generieren. Und das ist auch das, was ja in zum Beispiel dem Bericht der Datenethik-Kommission propagiert wird, dass man sagt, also wenn man diese PIMS einsetzt, dann dürfen die eigentlich keine Daten für einen verkaufen, weil das wäre unethisch und das würde auch schlechte Anreize schaffen für diese PIMS dann wieder so ähnlich zu fungieren wie die Unternehmen, die man damit ja, wo man Kontrolle. Das heißt, es darf eigentlich nur so einen festen Abonnementgebühr geben, die nicht abhängig ist von der Datenmenge, die unabhängig ist von der betroffenen Person und die auch nicht abhängig ist von dem Wert der Daten, die dahinterstehen. Wenn man das mal durchdenkt, ist das sozusagen ein realistisches, ein lukratives oder was heißt überhaupt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Also ist ein PIMS in der Lage, Daten zu schützen, wenn die Abonnementgebühr zu niedrig ist. Also das sind ja durchaus Investitionen, die dann nötig sind, um diese Daten dann auch zu schützen, sensibler Bereich. Das ist mal die erste Frage, die man sich stellen kann. Also die Abonnementgebühr, so ganz klein kann die nicht sein, sonst geht man unmittelbar in die Verlustzone, um dann gleichzeitig Datensicherheit hier zu gewähren. So, das Zweite ist, dass es natürlich auch so ist, wenn es jetzt wirklich Standards gibt, mit denen diese PIMS operieren, damit die auch möglich sind, dann hält relativ wenig davon ab, wenn man das jetzt profitabel betreiben könnte mit der Abonnementgebühr, dass dann auch mehr und mehr solche PIMS entstehen und sich dann gegenseitig Wettbewerbsdruck machen. Auch das wäre nicht besonders sinnvoll. Also man müsste dann vielleicht über so eine Marktzutrittsregulierung auch noch nachdenken. Wenn die Preise jetzt aber angenommen, die sind nicht ruinös, der Wettbewerb, sondern die Preise sind nach wie vor hoch und hoch genug, um sozusagen diesen Datenschutz dann auch zu gewährleisten, dann ist dann die Frage, wer würde sich so ein PIMS dann noch installieren und wer leistet sich das? Und ist das dann wirklich mit europäischen Werten vereinbar, wenn nur wohlhabende effektiven Datenschutz durch PIMS haben können? Ich stelle das alles ein bisschen in Frage und glaube nicht, dass das sozusagen wirklich was ist, was sich flächendeckend am Markt durchsetzen würde, wenn diese 10 Euro oder wie auch immer, wie hoch die Gebühr dann immer sein müsste für so ein PIMS. So, der letzte Punkt ist, und jetzt komme ich auch langsam zu den Lösungen, der letzte Punkt ist, müsste ein PIMS überhaupt Einnahmen generieren? Man könnte jetzt sagen, so ein PIMS könnte auch irgendwie von staatlicher Seite zumindest stark gefördert werden oder der Betrieb sozusagen finanziert werden. Das ist grundsätzlich eine Möglichkeit. Ich bin grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch, wenn der Staat als Unternehmer oder als Innovator auftritt. Man kann auch hinterfragen, ob es besonders ansprechend für viele Personen ist, wenn der Staat als Datentreuhänder auftritt oder eine staatliche PIMS als Datentreuhänder auftritt. Das ist einmal dahingestellt. Eine wahrscheinlich die realistischste Möglichkeit ist, dass es ein Non-Profit-PIMS ist, der mit Open Source erzeugt, wo es also genug Personen gibt, die sozusagen ihre Freizeit investieren, um so eine Software aufzubauen und dann gibt es Unterstützung zum Beispiel hinsichtlich der Server-Kapazitäten oder der Rechenkapazitäten, die dafür notwendig sind. Data Transfer Project zeigt, dass das grundsätzlich sowas machbar ist. Die Frage ist, wer nimmt an sowas teil oder wie, also wer würde sich so diese Open Source Projekte, wenn sozusagen es keine einheitlichen Standards gibt und das ganz so eine Sisyphus-Arbeit ist, für jede einzelne Webseite so einen Adapter zu schreiben. Ich habe Ihnen das ja vorhin schon dargelegt. Ist das wirklich was, was passiert? Dann bräuchte man wahrscheinlich regulierte Standards für. Wer finanziert diese Infrastruktur dann? Und wer stellt dann auch die Vertraulichkeit und die Sicherheit sicher, dass man da nicht an schädliche PIMs sozusagen gerät, die nur dafür da sind, die den Anschein haben, Selbstbestimmung zu machen, in Wirklichkeit aber nur meine Daten haben wollen. Die bekommen ja ganz sensiblen Zugang zu meinen persönlichen Daten. Da bräuchte es also vielleicht sowas wie Siegel, Zertifikate oder Haftungsregeln. Also auch nicht so ganz trivial. Sie sehen schon, ich bin in Summe da ein bisschen skeptisch, ob einerseits sehe ich, dass PIMs einen Nutzen haben könnten. Andererseits sehe ich aber auch, dass es schwierig ist, die PIMs dann wirklich am Markt zu etablieren. Zusammenfassung, das sind meine letzten zwei Folien. Was ist sozusagen die wesentliche Take-Avary-Message gewesen von dem Vortrag bisher? Dass einerseits also eine Neuorganisation des Webs unter Privatseitsaspekten ich auf absehbare Zeit für nicht realistisch halte, weil wir schon viel kleinere Änderungen, notwendige Änderungen nicht durchführen, weil sie ja sozusagen alle Server und alle Entitäten wirklich betreffen müsste, wenn sie da nachhaltig sein sollte. Aber wir können sozusagen das bestehende Netz nehmen und bestehende Rechte auch nehmen und da sozusagen ein bisschen Feintuning betreiben und dann könnten PIMs ein wesentlicher Baustein für die digitale Selbstbestimmung sein, insbesondere in diesen Handlungsfeldern, in den Dimensionen Handlung, Kompetenz und Informiertheit, weil sie unterstützen bei der effektiven Durchsetzung bestehender und zukünftiger Datenschutzrechte, also nicht notwendigerweise nur Datenschutz, aber sozusagen Datenrechte vielleicht auch, wie zum Beispiel Datenportabilität oder auch das Einwilligungsmanagement und sie schaffen auch Transparenz, das sind alles positive Aspekte für die digitale Selbstbestimmung, aber die bestehenden Rechte reichen eben noch nicht aus zum effektiven Einsatz von PIMs. Wir brauchen sowas wie zum Beispiel kontinuierliche Datenportabilität, die zum Beispiel in dem Digital Markets Act, der vorgeschlagen wurde von der Europäischen Union, tatsächlich Bestandteil sind für die größten Unternehmen, also wirklich Big-Tech-Unternehmen, aber das könnte man durchaus auch ausweiten auf mehrere, auch kleinere Unternehmen, diese Daten, diese kontinuierliche Datenportabilität über Schnittstellen. Dazu braucht es aber dann auch wiederum Schnittstellen für zentralisiertes Einwilligungs- und Identitätsmanagement, die es so bisher auch noch nicht gibt, aber auch keine unlösbare Aufgabe. PIMs werden sich meiner Meinung nach nicht ohne weitere signifikante Unterstützung am Markt etablieren, weil es gibt keine verbindlichen Standards, die die Skalierbarkeit erschweren. Es gibt kein nachhaltiges Geschäftsmodell aus meiner Sicht und es gibt auch keinen abbegrenzten Nutzen für Verbraucherinnen und Verbraucher im aktuellen Status quo ohne diese zukünftigen oder so weiteren Rechte. Und damit möchte ich sozusagen mit den Empfehlungen oder politischen Handlungsempfehlungen schließen, die ich hier im Wesentlichen in drei Feldern sehe. Das eine ist, dass ein notwendiger erster Schritt schon mal wäre, die Klärung und Durchsetzung bestehender Rechte. Also ich habe ja schon ausgeführt, dass selbst bei dem aktuellen Recht auf Datenportabilität es Rechtsunsicherheiten gibt hinsichtlich dessen, was kann denn da überhaupt portiert werden und wie geht das mit den Rechten Dritter, die davon betroffen sind. Dann muss man also, sollte das möglichst breit interpretieren, auch dieses Recht auf Datenportabilität, was portiert werden kann und es muss auch überwacht werden anständig. Sie wissen vielleicht, dass das ja auch ein eigenständiges Problem ist, nicht nur, dass man das Recht hat, sondern dass das auch durchgesetzt wird, wenn dagegen verstoßen wird. Die Unternehmen sitzen strategisch in Irland, die Datenschutzbehörde dort ist überfordert oder will auch überfordert sein und also Fragen der Zuständigkeit, auch der Vollständigkeit der Daten, die portiert werden und des Verzugs der Datenmitglieden, das muss natürlich auch am Ende des Tages irgendwo entforst werden. Der zweite große Block ist der der erweiterten Datenportabilität. Also wir brauchen auch über die bestehenden Rechte hinaus zusätzliche neue Rechte und eine kontinuierliche Datenportabilität in Echtzeit für große Unternehmen. Wir brauchen sozusagen eine staatliche Aufsicht und auch Leitlinien für die Umsetzung von solchen Standards, dass das also auch einheitlichere Datenformate da gibt und wir brauchen auch dieses feingranulare Einbildungsmöglichkeiten oder das Recht auf feingranulare oder die Verpflichtung auf feingranulare Einbildungsmöglichkeiten, damit wir eben diese Zwischenfälle, die von Rechtsunsicherheiten, die sonst betroffen sind, auch effektiv abfangen können. Und der letzte Punkt und vielleicht auch der wesentliche Punkt hier ist, wie können wir jetzt PIMs ermöglichen? Also ich glaube, dass es womöglich eine Lösung gibt für Open-Source-PIMs, die also sozusagen aus der Community, aus einem Non-For-Profit-Gedanken entstehen, die auch nicht darauf aus sind, irgendwie Daten zu verkaufen, sondern die womöglich dann dieses Identitätsmanagement machen, das Einbildungsmanagement machen, die Transparenz schaffen und die mir helfen, mein Recht auf Datenportabilität sozusagen effektiv durchzusetzen. Dazu braucht es aber auch wiederum Schaffung von weiteren Standards, um genau das zu machen. Das muss staatlich in die Wege geleitet werden. Es müssen Ressourcen für Entwicklung und Betrieb bereitgestellt werden und es gibt natürlich auch eine Pflicht, dann diese PIMs zu zertifizieren, dann, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sozusagen ihre Daten dann nicht an die falsche Stelle zur Treuhand geben. Damit möchte ich meinen Vortrag schließen. ,